herzliche willkommen zu einer neuen folge die sims aus drei bleiben nur noch einer zwei sind abgebrannt und das ging erstaunlich schnell würde ich sagen naja aber das bliebende summe ist jetzt weg endlich endlich kommt er mal den müll weg möchtest du jetzt das war dann kann ich da hert und ja die ohren stehen im weg ich kann die ohne aber nicht wegräumen was er was nein sie kein chatroom oder sowas so 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 oh das ging aber schnell mit der dunkelheit ouch huh hat er jetzt spaß wer nicht oh mein gott hat das kohle kardas trofe wenigstens ist ja gleich oft geschlafen der einzige grüne balken trotzdem weiß ich nicht wie man von diesem grundstück hier runter kommen und Oh Oh Wird der jetzt gefeuert? Verwarnung, du bist heute nicht zur Arbeit gegangen. Einen Tag zu fehlen ist in Ordnung, aber wenn das zur Gewohnheit wird, wirst du entlassen. Dein Maul und schreib mich nicht so an. Wir gucken uns mal kurz nach einem neuen Job. Halt, blöde. Die Fische wurden nicht einmal gefüttert. Mit Abula! Ich will die Abula! Okay! Gut Erdbaus! Ich will die Abula! Ich will die Abula! Bitte bring dich nicht mit dem Wasser um! Und auch nicht mit dem Löffel! Ich bin ruhig hier! Ich bin ruhig hier! Wir fehlen nur noch so einen Grillen Einspieler. Aber eine lange Sitzung. Ah, der hat's nicht die Hände gewaschen! Ich bin ruhig hier! 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 Ich bin ruhig, wie du siehst! Ich bin ruhig hier! Oh, oh, oh. Was liegt da mit? Aha. So, Duck ist wieder zuhause und ich hab grad gesehen, dass da... Perfekt. Das liegt bestimmt an der kaputten Dusche. Okay. 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 Och! Huh?! Oh... Och! Oh Das Geheule nicht mehr hören Oh 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 Ai 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 Hm 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 Oh Wie der rennt Und er ist wieder zuhause So Ich habe keine Ahnung wie man das Bild dreht Oder sonst Irgend So scheinbar so Ich kann erstmal den scheiß Teller wegräumen Der nervt mich hier Zu Tode Oh 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 Hm 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 Und noch was Oh 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 Wir haben nicht nur rote balken Bis auf Social Life ist alles so weit oben ist doch schon mal gut Oh 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 Der hat die Fische gefüttert Wow Das ist das erste Mal dass sie Essen bekommen Obdach Obdach Oh Oh Hm Hm Hier hat man keine Möglichkeit irgendwo hin zu gehen Oh 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 Ich hab den Knopf gesucht wo man wieder umdreht Äh Äh Großer macht Ich sehe hier keine Fahrgemeinschaft Oh falscher Knopf schon wieder Okay Achso die kommt erst in einer Stunde Oh 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 Und Schüsli So da ist er wieder Hm da müssen wir gleich noch mal die rechnung bräckte zahlen mal gucken wenn die fische sterben ich habe ich drauf geklickt dass er das machen soll ja 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 Schür! Schür! Kleine! Gerard! Schürf! Oh Ich versuche gerade beim Sozialleben auf die Reihe zu kriegen, aber wir haben leider nur zwei Nummern. Ich versuche gerade beim Sozialleben auf die Reihe zu kriegen, aber wir haben leider nur zwei Nummern. Ich versuche gerade beim Sozialleben auf die Reihe zu kriegen, aber wir haben leider nur zwei Nummern. Du solltest diesen Monat deine Geheimnisse gut hüten, sonst hört sie nachher ein Mensch, der dir nicht wohlgesonnen ist. Es ist spät. Wir sehen uns. Tschüss. Gut, dann haut dich mal ins Bett. Eieiei, Leute, wo soll das noch hinführen hier? Ja, ich würde sagen, beende hiermit die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge.